Hallo, ich bin Lina, bin zehn Jahre alt und ich bin eine Schülerin auf der IGS und ich freue mich, dass das Projekt vom HSC heute stattgefunden hat. Hallo, ich bin Max, bin auch zehn Jahre alt, gehe auch auf die IGS. Wir haben hier beim HSC, also auf unserem Sportplatz, Handball geübt, wie wir uns richtig hinstellen, wie wir richtig werfen. Zum Beispiel haben wir dann durch Ringe geworfen und ich fand es toll und ich glaube, die anderen fand ich auch sehr toll.